Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute machen wir weiter mit unserer Tutorial-Reihe über Git. In diesem Video wollen wir jetzt mal wirklich in die Welt von Git eintauchen und unser erstes Git-Repository anlegen. Darin wollen wir dann auch einen ersten Commit machen und ja, das wird auf jeden Fall alles ziemlich spannend. Ich habe hierfür schon eine Kleinigkeit vorbereitet und zwar siehst du hier auf meinem Desktop diesen Website-Ordner. Dieser Ordner ist jetzt einfach mal der Ordner für unser Projekt in Anführungszeichen und zwar wird es einfach so eine Art Website-Projekt sein. Nichts Spannendes, ich habe hier nur eine Index-HTML drin und wenn ich die mal öffne, dann sehen wir, da steht einfach nur, das hier ist meine eigene Website. Dieses eigene, dieser Rechtschreibfehler hier, der ist bewusst drin, mehr dazu später. Und ja, in diesem Video wollen wir jetzt eben dafür sorgen, dass wir a, die Vorteile einer Versionsverwaltung wie Git für unser Projekt haben. Wir wollen also aus diesem Ordner Website, welcher ja unser Projektordner darstellt, aus dem wollen wir jetzt ein sogenanntes Git-Repository machen, also ein Git-Projekt daraus machen und dann werden wir den ersten Commit an unserem Projekt vornehmen. Also ein Commit ist ja im Grunde einfach eine neue Version von unserem Projekt zu erstellen und wir erstellen dann quasi den ersten, also die erste Version von unserem Projekt und ich werde dir dann noch zeigen, wie du dann noch einen weiteren Commit machen kannst. Wird also sehr spannend, fangen wir einfach mal an. So, zuerst einmal müssen wir natürlich aus unserem Ordner, aus unserem Projektordner, ein Git-Repository machen. In unserem Fall haben wir jetzt hier einfach so einen Ordner, in dem hier eben eine Website drin gebaut wird, aber das kann man wirklich mit jedem Projekt machen, das man sich nur so ausdenken kann. Alles, was mit Dateien funktioniert, jedes Projekt, das sich aus mehreren Dateien zusammensetzt, kann mit Git verwaltet werden. Und jetzt wollen wir eben dafür sorgen, dass wir hier aus diesem Ordner ein Repository machen. Wie funktioniert das? Ganz einfach, wir öffnen zuerst einmal die Git-Bash. So, dann machen wir uns das mal ein bisschen größer. Und wir machen uns auch den Text größer, indem wir die Steuerungstaste gedrückt halten und am Mausrad nach oben scrollen. Und jetzt gibt es einen ganz einfachen Befehl, mit welchen wir ein Repository erstellen können. Und zwar der Befehl Git-Init. Den werde ich jetzt noch nicht ausführen, denn zuerst einmal müssen wir uns dafür in den Ordner reinbewegen, mit dieser Bash, in dem wir eben Git-Init ausführen wollen. Also aus dem wir ein Repository machen wollen. Sprich, das erste, was wir jetzt mal machen, ist, wir navigieren in den Desktop-Ordner und dann in den Website-Ordner. Wie kommen wir in den Desktop-Ordner? Ganz einfach, wir schreiben zuerst einmal cd-Desktop, weil aktuell befinden wir uns eh im User-Ordner. So, jetzt sind wir auf dem Desktop und jetzt schreibe ich noch cd-Website und dann bin ich auch schon im Website-Ordner. Und jetzt möchte ich aus diesem Website-Ordner ein Git-Repository machen und wie bereits erwähnt, dazu nutzt man den Befehl git init. Also damit initialisieren wir Git, beziehungsweise ein Git-Repository in diesem Ordner. Bestätigen wir das und dann sehen wir initialized empty Git-Repository. So, jetzt können wir ja mal gucken, ob das auch jetzt wirklich ein Git-Repository ist. Ich mache das Ganze mal im Vollbild, dann sieht man das alles besser. Dazu schreiben wir einfach mal Git-Status. Damit können wir uns den aktuellen Status von diesem Repository mal angucken. Und wir sehen, ja, wir haben hier ein Repository erstellt. Das hat jetzt noch keine Commits drin, aber es gibt hier schon untracked Files, also Dateien, die wir in unserem Repository noch nicht verwalten. Und dazu kommen wir gleich noch. Aber wir sehen, wir haben jetzt hier erfolgreich ein Repository erstellt. Wenn bei dir jetzt steht, dass das kein Repository ist, ich kann ja mal zurückgehen in den Desktop-Ordner. Jetzt sind wir im Desktop-Ordner und ich schreibe hier nochmal Git-Status. Wenn bei dir jetzt das hier steht, Fatal not a Git-Repository, dann ist bei dir irgendetwas schief gelaufen. Also guck, ob du wirklich in den Ordner reingegangen bist, aus dem du ein Repository machen wolltest und du auch wirklich da drauf den Git-Init-Befehl ausgeführt hast. Wenn wir jetzt in unseren Ordner hineinschauen, dann sehen wir, haben wir hier einen versteckten Ordner, der erstellt wurde mit dem Git-Init-Befehl. Und zwar den Punkt Git-Ordner. Den sehen wir nur dann, wenn wir auch in unserem Windows oder in unserem Betriebssystem allgemein das so eingestellt haben, dass versteckte Ordner angezeigt werden. Und ja, dieser versteckte Ordner, der enthält eben alle Informationen über unser Git-Repository, das wir hier jetzt eben angelegt haben. Und wir werden uns mit diesem Ordner jetzt nicht großartig auseinandersetzen. Ich wollte nur mal zeigen, dass dieser jetzt eben hier auch existiert. Das ist tatsächlich unser Git-Repository. So, jetzt möchte ich mal zu unserem Website-Ordner noch eine weitere Datei hinzufügen. Und zwar die Datei To-Do-List oder so nennen wir die jetzt einfach. Wir erstellen dazu einfach mal ein neues Text-Dokument. Das nenne ich To-Do-List. Einfach nur, damit wir sehen, dass jetzt hier diese To-Do-List, also diese neue Datei, auch von Git erkannt wird, wenn wir nochmal Status schreiben. Gehen wir also nochmal in Git rein. Und schreiben wir hier drin in unserem Projekt-Ordner nochmal Git-Status. Und dann siehst du, haben wir jetzt hier eben noch keinen Commit in unserem Git-Repository bisher gemacht. Aber wir haben hier diese beiden Dateien und die sind noch unter Untracked-Files gelistet. Untracked-Files sind die Dateien, die von unserem Git-Repository noch nicht wirklich verwaltet werden. Und wir wollen jetzt mal diese beiden Dateien zum sogenannten Staging-Area hinzufügen. Und in dem Staging-Area bauen wir uns dann quasi unseren Commit zusammen. Also die erste Version von unserem Git-Repository. Das Staging-Area ist im Grunde einfach nur ein Zwischenschritt, in den wir unsere Dateien reinschieben, die wir im nächsten Commit eben, ja, committen möchten. Also aus denen wir die nächste Version bauen möchten. Und um eine Datei zum Staging-Area hinzuzufügen, schreibt man einfach Git-Add und dann die Datei. Also entweder jetzt hier den Dateinamen, to-do-List.txt. Oder aber man schreibt einfach nur Git-Add und einen Punkt. Und dann, wenn wir nochmal Git-Status schreiben, sehen wir, wurden alle Dateien in unserem, ja, Repository, die untracked sind, zum Staging-Area hinzugefügt. Also wir können entweder den Dateinamen einfach schreiben oder Git-Punkt und dann werden eben alle hinzugefügt. So, jetzt haben wir also hier unsere verschiedenen Dateien, also diese beiden hier, zu unserem sogenannten Staging-Area hinzugefügt. Und wie ich es bereits erwähnt habe, das Staging-Area ist im Grunde so ein Zwischenbereich, in das wir eben all die Dateien reinschieben, die wir im nächsten Commit eben, ja, drin haben möchten. Wir können uns im Staging-Area unseren nächsten Commit also zusammenbauen. Und das ist sehr, sehr hilfreich, denn wenn wir jetzt zum Beispiel sehr viel an unserem Projekt gearbeitet haben, ohne dass wir viele kleine Commits dabei gemacht haben, weil wir einfach in unserer Zone waren und viel programmiert haben, ohne darüber nachzudenken, dann können wir im Staging-Area trotzdem diese ganzen Änderungen Schritt für Schritt in kleine Commits aufteilen und diese entsprechend committen, ohne dass wir jetzt einen riesen Commit machen. Das ist nämlich ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Wenn ihr mit Git arbeitet, dann solltet ihr so kleine Commits wie möglich machen. Die Commits sollten also immer nur eine kleine logische Änderung beinhalten und nicht auf einmal, ja, das ganze Projekt verändern. Denn wenn es dann zu Konflikten kommt, dann ist es ziemlich schwer, diese zu lösen, weil man dann eben so viel lösen muss und, und, und. Und ja, deswegen ist es auch generell empfehlenswert, kleine Commits zu machen. Und da hilft uns das Staging-Area auf jeden Fall. In Staging-Area können wir also all die Dateien reinmachen mit git-add, wie bereits erwähnt, die wir im nächsten Commit drin haben möchten. Und jetzt sind die eben in unserem Staging-Area schon drin, das haben wir ja gerade gemacht. Und jetzt wollen wir aus den Dateien im Staging-Area einen Commit machen, also eine neue Version, einen neuen Schnappschuss von unserem Projekt erstellen damit. Wie machen wir das? Dazu schreiben wir den Befehl git commit und da kann man jetzt noch hier minus m anheften und dann zwischen Anführungszeichen eine Commit-Message. Das ist generell empfehlenswert, dass man bei jedem Commit mit diesem Strich m hier auch noch eine Nachricht an den Commit anfügt. Denn so weiß man immer, okay, bei diesem Commit habe ich diese Änderung vorgenommen und, und. Hier haben wir jetzt unseren ersten Commit, das heißt, wir schreiben hier jetzt einfach mal die Nachricht, erste Version von unserem Website-Projekt. So, und dann bestätigen wir das Ganze mit Enter. Und jetzt haben wir unseren ersten Commit erstellt. Ich kann ja mal schreiben git status. Und dann sehen wir, wir sind gerade im Branch-Main und es gibt gerade nichts zu committen, denn es ist keine Änderung an unserem Projekt, an den getrackten Datei vorgenommen worden. Aber, ja, wir sehen, wir haben jetzt hier eben unseren Commit gemacht. Wir können auch übrigens uns die History von unserem Projekt anschauen, also die Commit-History, indem wir hier schreiben git log. Und dann sehen wir, ist hier jetzt nur ein einziger Commit gelistet und zwar hier dieser erste Commit. Da haben wir also hier den Autor, also den Namen von diesem Menschen, der den Commit gemacht hat, in diesem Fall war das ich, seine E-Mail-Adresse und wir sehen auch, zu welchem Zeitpunkt wir das gemacht haben. Und außerdem steht hier noch diese Commit-Message, die wir mit Strich M angefügt haben. Das ist also auch ganz sinnvoll, dass man solche Messages hier immer anfügt. So, jetzt wollen wir uns aber mal angucken, was passiert, wenn wir eine Änderung an einer Datei vornehmen. Gehen wir doch dafür nochmal hier in unseren Website-Ordner und öffnen wir doch jetzt einfach mal hier diese Index-HTML-Datei mit Notepad++. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben hier diesen Rechtschreibfehler auf unserer Website, den wollen wir jetzt mal korrigieren. Wir haben hier jetzt nicht die eigene Website, sondern die eigene Website. So, und dann speichern wir das Ganze mal und dann gehen wir zurück in unsere Git-Bash. Und hier in der Git-Bash schreiben wir jetzt einfach nochmal Git-Status. Und wir sehen, es gibt hier eben eine neue Datei, diese Bug-Datei. Das ist eine Datei, die von Notepad erstellt wurde. Das ist jetzt hier nicht weiter wichtig. Und dann haben wir hier noch eben die Modified-Datei. Das ist jetzt wirklich diese Index-HTML-Datei, die uns interessiert. Die wurde bearbeitet. Und ja, wir können jetzt diese bearbeitete Datei wieder mit Git-Add zum Staging-Area hinzufügen, indem wir schreiben Git-Add-Index.html. Dann wurde diese hinzugefügt. Wir können auch nochmal schreiben Git-Status. Dann sehen wir, haben wir die jetzt in dem Staging-Area drin. Und jetzt möchte ich hier einen Commit machen. Die neue Version soll eben diesen Rechtschreibfehler behoben haben. Wir schreiben also hier nochmal Git-Commit minus M und sagen hier Korrektur von Rechtschreibfehler. So, und dann bestätigen wir das Ganze und dann haben wir das Committed. Und wenn wir jetzt nochmal schreiben Git-Log, dann sehen wir, gibt es hier jetzt schon zwei Commits. Wir haben jetzt hier einmal den aktuellsten Korrektur von Rechtschreibfehler. Und noch diese alte Version, die ist hier nach wie vor auch noch erste Version von unserem Website-Projekt. Und was wir jetzt übrigens auch machen können, das werde ich dir aber dann im nächsten Teil zeigen. Wir können zwischen diesen Versionen hin und her springen. Wir können also diese Commit-History wie eine Art Zeitmaschine für unser Projekt verwenden und immer zu einer alten Version zurückspringen. Das ist also sehr, sehr praktisch. In diesem Sinne möchte ich noch darauf hinweisen, dass sich in der Videobeschreibung ein Link zu unserer Programmieren-Staaten-Premium-Mitgliedschaft befindet. In dieser hast du Zugriff zu all unseren Programmieren-Staaten-Masterkursen, zu den Programmiersprachen C Sharp, Java und Python. Außerdem hast du Zugriff zu den Folgekursen und du hast auch Zugriff zu unserem exklusiven Community-Forum, in welchem du dich mit anderen Programmier-Einsteigern austauschen kannst, Fragen stellen kannst und so weiter und so fort. Ziemlich coole Sache, Link ist in der Videobeschreibung, schau dir das auf jeden Fall mal an. In diesem Sinne war es das dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo würde ich mich natürlich auch riesig freuen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Programmieren und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao! 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 Vielen Dank.